Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Ab heute sind befestigte Deckel bei Flaschen Pflicht. Anita hat in ihrem journalistischen Artikel erläutert, dass ab dem 3. Juli 2024 eine neue EU-Verordnung in Kraft tritt, die vorschreibt, dass Kunststoffflaschen nur noch mit befestigten Deckeln verkauft werden dürfen. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, die Umweltbelastung durch Kunststoffabfälle zu reduzieren und wird als wichtiger Schritt im Kampf gegen die Plastikverschmutzung angesehen. Die Europäische Kommission hat beschlossen, dass Flaschenverschlüsse aus Kunststoff fest mit der Flasche verbunden sein müssen, um sicherzustellen, dass sie zusammen mit der Flasche recycelt werden und nicht als separates Stück Müll enden. Gemäß einer Studie der Europäischen Kommission machen Kunststoffflaschen und ihre Verschlüsse zusammen rund 50% des Mülls an europäischen Stränden aus. Die Auswirkungen auf die Industrie Diese neue Regel wird für viele Unternehmen Veränderungen mit sich bringen, insbesondere in der Getränkeindustrie. Hersteller müssen ihre Produktionsprozesse anpassen, um den neuen Vorschriften zu entsprechen. Die vorgeschriebenen Änderungen im Design und in der Produktion könnten anfängliche Kosten verursachen, aber langfristig wird erwartet, dass sie einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben und sogar Kosten durch die Reduzierung von Plastikabfällen einsparen. Beispiele aus der Praxis Einige Unternehmen haben bereits mit der Umstellung begonnen. So hat der Getränkehersteller Coca-Cola angekündigt, dass es seine Flaschen europaweit mit den vorgeschriebenen festen Verschlüssen ausstatten wird. Auch andere große Marken wie Nestlé und PepsiCo haben ähnliche Pläne veröffentlicht. Kritik und Herausforderungen Trotz der Vorteile gab es auch einige Kritiken und Herausforderungen bei der Umsetzung. Kleinere Unternehmen und Start-ups könnten Schwierigkeiten haben, die notwendigen Änderungen schnell umzusetzen, was zu finanziellen Belastungen führen könnte. Zudem gibt es Bedenken hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit der neuen Verschlüsse. Verbraucher müssen sich möglicherweise erst an die neuen Designs gewöhnen, was etwas Zeit in Anspruch nehmen könnte. Die Erwartungen der Verbraucher Es bleibt abzuwarten, wie die Verbraucher auf diese Veränderung reagieren werden. Eine Umfrage des Europäischen Konsumentenverbandes zeigte jedoch, dass eine Mehrheit der europäischen Bürger erfreut über Maßnahmen ist, die die Plastikverschmutzung reduzieren. Daher ist zu erwarten, dass die Regelung langfristig positive Resonanz bei den Verbrauchern finden wird. Langfristige Vorteile Die langfristigen Vorteile dieser Maßnahme liegen auf der Hand. Weniger Plastikverschmutzung bedeutet zum Schutz der marinen Lebensräume, Verminderung gesundheitsschädlicher Plastikpartikel in der Nahrungskette und letztendlich auch eine sauberere Umwelt für zukünftige Generationen. Quellen Europäische Kommission, Plastikmüllzahlen und Fakten Umfrage des Europäischen Konsumentenverbands Die Sicht der Verbraucher auf Plastikreduktion Umweltforschung, Studien zur Plastikverschmutzung auf europäischen Stränden Mittwoch, 3. Juli 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.